Ich lerne Deutsch, Nummer 12117. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Verschenken von Lebkuchenherzen ist eine romantische Tradition bei Volksfesten. Das Verschenken von Lebkuchenherzen ist eine romantische Tradition bei Volksfesten. Wenn du meinst, du müsstest das tun, dann ist das deine Sache. Ich halte mich daraus. Wenn du meinst, du müsstest das tun, dann ist das deine Sache. Ich halte mich daraus. Wenn du meinst, du müsstest das tun, dann ist das deine Sache. Ich halte mich daraus. Wohlstand ermöglicht es den Menschen, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Lebensziele zu erreichen. Im Augenblick höre ich fröhliche Musik und tanze mit geschlossenen Augen durch mein Zimmer. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Je länger ich hier sitze, desto schlimmer werden die Schmerzen in meinem Nacken. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Je länger ich hier sitze, desto schlimmer werden die Schmerzen in meinem Nacken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen. Ich bin in der Lage, Kritik konstruktiv anzunehmen.